Oh yeah. Was geht ab, Leute? Was geht ab? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee und wir haben heute wieder mal einen ganz besonderen Gast, nämlich Fatma Locke. Die Locke ist wieder da. Hallo. Ja, wobei deine Locken sind nicht mehr ganz so prägnant wie sonst. Die sehen ein bisschen anders aus. Wir haben Tourne-Half-Locks. Genau. Wobei, ich habe ja auch quasi Locks. Ich habe keine Locks. Also man kann sie Locks nennen. Ach so, weil es jetzt Dreads sind. Dreadlocks. Ah. Du hast eigentlich sogar mehr Locken als wir dann. Wenn du es so willst. Ganz kurz, darf ich dich was fragen, Fatma? Natürlich. Wie hast du deine Haare so hinbekommen? Weil mir sagen ja auch oft Leute, ich soll meine Haare glätten und es funktioniert meiner Meinung nach nicht so gut. Was ist der Zaubertrick? Das Ganze dauert ungefähr eine Stunde. Also erstmal föhne ich die logischerweise, wenn die da sind. Dann glätte ich die und dann gehe ich nochmal mit Hitze rüber und mache die nochmal lockig. Ach so, du machst gar kein Produkt rein oder irgendwas? Nein. Ach so. Gibt es nicht irgendwelche special... Ja, es gibt schon so chemisches Zeug, was du da reinmachen kannst, damit die Haare glatt werden, aber das ist nicht so gut für die Haare und ist dann noch dauerhafter, sodann hast du deine Locken einfach nicht. Ach, wenn du deine Haare wäschst, ist es wieder raus? Wenn ich meine Haare wieder wasche, dann sind die wieder lockig, ja. Okay, krass. Ich meine, dann hat sich doch jetzt die ganze Sache eigentlich erledigt, oder? Also können Leute jetzt nicht so ein Standbild nehmen und dann so die Haare auf deinen Kopf und dann ist es dasselbe? Ich weiß nicht, ob meine Haare so lang wären. Wie lang sind deine Haare, wenn sie lockig sind? Ah, die gehen bis hier ungefähr, also die sind gar nicht so lang. Hast du die geschnitten? Ich hab die ein bisschen geschnitten, ja. Okay. Wie ihr merkt, Leute, heute sind wir sehr haarlastig. Sorry. Haare auf dem Kopf, Haare auf den Beinen, Haare überall. Warte, was auf den Beinen? Sag mal, du wolltest vorhin über New York erzählen und dann hab ich gesagt, nein, warte, erzählst du ein Podcast. Du warst in New York und es war anscheinend wunderbar. Willst du ein bisschen was darüber erzählen? Ja, also ich war im Dezember zur Weihnachtszeit in New York, das war das erste Mal und das war mein Lebenstraum, der in Erfüllung gegangen ist, weil ich immer nach New York wollte. Also ich hab die ganzen Filme immer gesuchtet, als ich klein war. Die ganzen New York-Filme? Teil 1, Teil 2, Teil 3. Okay. Ja, es war richtig schön zur Weihnachtszeit. Weihnachtsbauen da an, wie hieß dieses Gebäude? Rockefeller Center? Ja, genau. Genau, war richtig, richtig schön. Also es ist wirklich eine besondere Stadt, finde ich. Warst du auch über Silvester da? Nee, leider nicht. Also hast du dieses Ball-Drop-Sache nicht weggekommen? Nee, leider nicht. Aber es ist todeskalt im Winter. Oh, es war so kalt. Also wir hatten Glück, es war sonnig, aber es war so unfassbar kalt. Wann waren wir denn? Wir waren im April. Also es war auf jeden Fall warm. Ich hab so beim Reden so überlegt, ob das stimmt. Ja, also es sollte quasi warm sein. Also ich erinnere mich, wie ich schon des öfteren mit Pulli trotzdem gefroren bin. Weil das ist so, glaube ich, ein bisschen wie in Deutschland. Sondern dann, wenn es warm sein soll, dann ist es ja auch immer noch kalt. Oder nicht? Also jetzt gerade? Ja, okay. Es gibt immer die fünf Tage in Deutschland, wo es auf einmal so 38.000 Grad wird. Ja. Das ist dann immer richtig heiß. Dann vergesse ich kurz, dass ich in Deutschland bin. Und dann haben wir wieder Winter. So läuft das meistens. Ja. Ich finde das lustig, dass du das sagst. Für mich war das auch immer so ein Riesentraum. Also Jay weiß noch, als ich das erste Mal, als wir gelandet sind, ich war so Digga, wir haben es geschafft, wir sind da. Also nein, nein, du bist noch nicht an der Sicherheitskontrolle vorbei. Hast du auch so einen Struggle wie ich gehabt? Weil du heißt ja trotzdem noch Fatma. Auf Papier ist deine Nationalität, denke ich mal, Deutsch. Ja, ich bin Deutsch. Genau. Das heißt, das ist schon mal cool. Ja. Aber du heißt immer noch Fatma. Ich weiß. Also ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, als ich gelandet bin. Weil ich dachte, okay, wird es jetzt schwierig oder nicht, da durchzukommen. Deswegen habe ich mich auch nicht im Flugzeug gefreut. Sondern als ich raus war, als ich jetzt kontrolle. Aber es war alles richtig entspannt. Also da hatte ich Glück. Also ich hoffe mal, du warst auch am Times Square und so. Ja, ja, ja. Als ich da reingelaufen bin, das erste Mal. Also ich kam von Boston, bin ich mit dem Bus gefahren. Da kamen wir dann an, direkt am Times Square. Und ich steig da so aus und die Gebäude alle sind um mich viel höher, als sie es jemals waren. Also mich hat es so voll zerdrückt, aber auf so eine positive Art. Das war so richtig so breathtaking. Ja, auf jeden Fall. Also ich konnte es gar nicht glauben, als ich da war. Also es war sogar noch intensiver und krasser, finde ich, als auf den ganzen Videos und in den Filmen. Also wenn man da wirklich steht, ist es so riesig, so gewaltig. Und man sieht wirklich aus, also man fühlt sich wie eine arme Suppe, wenn man da steht in den ganzen großen Gebäuden. Und die ganzen Lichter und die ganzen vielen Menschen. Also es war sehr, sehr, sehr intens. Ich war auch die ganze Zeit so, oh, das ist da gedreht. Oh, das war doch hier. Und wo warst du noch? In Amerika? Also nicht jetzt generell. Ich glaube, wenn wir jetzt über generell reden, dann wird es so eine Wochenepisode. Wir waren wirklich nur in Manhattan und noch in Brooklyn. Brooklyn war noch. Das war sehr, sehr, sehr krass auch dort. Das hat mir richtig gut gefallen. Warst du in Chinatown? Ja, da waren wir auch. Hat mir auch sehr gut gefallen. Das Essen war sehr, sehr lecker. Überall, also zumindest als wir da waren, ich weiß nicht, wie es im Winter aussieht, gab es immer so eine kleine Stände. Und die haben so richtig so frischen Obst, so fertig geschnitten, immer so mitgegeben. Also nicht einfach so mitgegeben, die hast du verkauft. Ja, nimm dir, nimm dir. Etwas Kraft auf deinem Wege. So nett sind die dann auch nicht. Leider. Haben die so oft versucht, dir Sachen anzudrehen? Nee, gar nicht. Die waren so nett dort. Die waren so offen und freundlich. Und das waren die nettesten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Also wurde es jetzt nicht irgendwie so komisch angequatscht? Überhaupt nicht, nein, nein. Okay, hey, was ist das? Alle 300 Meter haben die uns so versucht, Flyer für irgendwelche Stripclubs anzubieten. Hey, nein, mir haben sie die ganze Zeit versucht, so ihre Rap-Alben zu verkaufen. Ja, meistens war so das eine in dem anderen verpackt. So auf der anderen Seite, Stripclub auf der Seite. Aber die haben einen immer mit irgendwas aufgehalten und dann haben die dir so ein Mixtape in die Hand gedrückt. Also man wurde schon angesprochen, vor allem auch wegen den Haaren. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so was Besonderes ist dort in New York, weil da wirklich sehr viele Menschen rumlaufen. Aber das war schon, also die waren sehr, sehr nett. New York ist, was das angeht, ein bisschen wie Berlin. Da gibt es auch so viel Diversity, dass man da einfach kaum auf... Also in Berlin kannst du eigentlich nicht auffallen. Kannst du eigentlich machen, was du willst. Du gehst immer in der Masse unter, oder? Es sei denn, du bist jetzt gerade irgendwo Bestimmtes, wo gerade nur eine bestimmte Art von Menschen sind. Ja, okay. Aber spätestens, wenn du Kreuzberg, Wedding und so weiter und sofort rumläufst... Dann sticht man schwerer heraus. Voll gut eigentlich, so viele Kriminelle, die können so einfach so untertauchen. Gibt doch nicht Tipps. Als ob Kriminelle... Wobei, wir wissen ja nicht, wir haben neulich mal ausgerechnet, dass unter unseren Zuschauern muss ein Mörder mit dabei sein. Oh mein Gott. Also irgendwer ist ein Mörder. So statistisch einfach. Wo guckt das jetzt gerade? Also nicht, dass dir jetzt Angst bekommst. Aber statistisch gesehen müssten auch ein paar Polizisten mit dabei sein. Und deswegen Gleichsicht. Und falls sie dann irgendwie versagen, gibt es bestimmt auch Ärzte, glaube ich, unter den Zuschauern. Das heißt, das ist so ein ewiger Kreis von Leuten, die sich gegenseitig helfen können. Oder eben nicht helfen. Oder nicht helfen. Aber okay, das heißt, du warst in keiner anderen Städte oder Bundesstaaten oder so? Nee, noch nicht. Okay, hätte mich interessiert, von dir zu hören, wie du die verschiedenen Gemüter findest. Weil ich fand zum Beispiel in Orlando, waren wir auch, waren die so krass viel freundlicher. Noch freundlicher. Das ist halt das Coole. Also, du hast halt, sie kennen nur New York. New York ist eigentlich unfreundlich. New York ist eigentlich Berlin. So im Vergleich. Aber es ist halt so viel freundlicher, dass wenn man da hinkommt, ist es so, oh nice. Aber Orlando ist nochmal ein Ticken noch viel, viel krasser. Ich fand Los Angeles war noch nochmal, also es war gechillter nochmal irgendwie, hatte ich das Gefühl. Ich glaube tatsächlich sind die in Orlando freundlicher, aber in L.A. waren die halt auch todesfreundlich. Das kann sein. Aber ich glaube halt, je wärmer es wird und je so mehr vorörtlicher es wird, desto irgendwie freundlicher sind die da. Deswegen geh auf jeden Fall mal nach Orlando, wenn du die ultimative Freundlichkeit erleben möchtest. Da bin ich gespannt. Und L.A. ist auf jeden Fall auch cool. Ja, da will ich auf jeden Fall auch nochmal hin. Ich bin gespannt, wie der Unterschied sein wird zwischen L.A. und New York. Weil ich habe ja gehört, dass die New Yorker die Leute aus L.A. nicht so feiern und die Leute aus L.A. die New Yorker nicht so feiern. Ja. Als bewährte East Coast, West Coast. Ja. Mal gucken. Rivalität. Keine Ahnung was. Wir haben halt drei Stunden Unterschied. Ja. Und das ist kalt, das ist warm. Ja, also muss man sich hassen. Geht ja gar nicht aus. Also muss man sich hassen. Ja. Aber also ich sage mal so, als ich in L.A. war, kam ich so an einem Tag aus meinem Hotel raus und habe so auf einen Fahrstuhl gewartet. Und dann war da so eine Glasfassade daneben. Und dann kam auch, da stand irgendwie so ein alter Mann, so 70, 80 oder sowas. Ja genau, ich war gerade dabei, meine Story zu erzählen, als, wie jetzt die Leute auf YouTube sehen, Ghana auch mit dazu gekommen ist. Sieht man mich jetzt? Ja. Ja. Genau, aber ich beende mal kurz die Geschichte. Also genau, ich stand da vor dem Fahrstuhl und dann war halt dieser ältere Herr so 70 oder sowas. Und ich habe einfach da so auf den Fahrstuhl halt gewartet. Und er fängt so auf einmal an, er guckt so aus dem Fenster raus und sagt so, ist das nicht ein wundervoller Tag? Und dann fängt er an so zu reden, so ja, was machst du? Und erzählt so voll von sich. Und in derselben Fahrt ist, glaube ich, noch eine andere Frau dazugekommen. Sie hat so gesagt, ich war gerade mit meinen zwei Kindern zum ersten Mal auf ihrem ersten Rockkonzept. Also so, die reden alle so voll mit einem, ohne dass. Also wenn du in einem Fahrstuhl bist, fangen schon mal alle an, mit dir zu reden und so. Würde in Berlin niemals passieren wahrscheinlich. Niemals. Ja, wenn du irgendwie in Berlin einen schönen Tag wünschst, der guckt dich an und so, hä, was willst du von mir? Ey, was willst du? Genau. Hast du auch noch was dazu zu sagen? Oh nein, mir ist echt heiß. Genau, Ghana ist echt heiß, Leute. Und das liegt nicht an ihr, hat sie gesagt. Wir haben bisher noch nicht verstanden, was das heißt, aber sie versteht, also es liegt nicht an ihr, Leute. Gut, danke fürs Zuschauen. Wir hoffen, euch hat die Mini-Episode mit Fatma und ein bisschen Ghana gefallen am Ende. Falls ihr diesem Podcast noch nicht folgt, könnt ihr das gerne tun, entweder hier auf YouTube oder ihr könnt den Podcast in der Audio-Streaming-Version auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts folgen. Folgt uns natürlich auch gerne auf unseren Social-Media-Kanälen at jsamuels, at ariali, at Fatma Locke, at Ghana Kalana. Genau. Ansonsten würden wir sagen, have your reason, peace and goodnight San Francisco.